Hallo und herzlich willkommen wieder bei Battlefield 4 Multiplayer mit mir dem Maru mit dabei, der McFlyer und der Sibiru. Hallo! Guten Morgen! Moin! Wir spielen Chainlink auf dem neuen Explosive Server, wie immer. Weil es irgendwie der einzige Server ist, wo man einigermaßen spielen kann. Und ich habe... Jetzt bin ich das Geld ausgewählt. Hat noch ein bisschen gedauert. Und hier kommt jetzt schon alles. Perfekt. Natürlich. Da war ja immer eine Gasflasche. Da muss man ja... sprengen. Hm. Egal, erst ein paar Sekunden überhaupt kein einziger Schuss und dann... Na klar. Wir haben da oben das Ding gesprengt. Oh, ich habe gerade mal ordentlich auf der Flagge aufgeräumt. Ja. Mach weiter. Danke. Oh, über uns, über uns, über uns. Ich habe ja auch einen Ding, der hier heute. Puh. Kann sich ja keiner mit anschauen hier. Und im Panzer ist nur einer. Äh, unter der Brücke. Ein Troll. Warum runden Trott unter der Brücke sagst du? Alles vor der Runde unter der Brücke. Ich bin dann da drüber gekommen. Da bin ich mit dem Fuß. Was? Mal, mal, mal. Oh, Gott. Da sind viele, ey. Gut. Bei Charlie sind welche ganz viele in der Ecke. Ich bin gar nicht Squad Leader. Wer ist denn das? Okay, so. Wir müssen den Squad wechseln gleich. Wie? Das ist keiner von uns. Warte, Sibiro? Was? Warte, habe ich gesagt. Was? Ich wechseln dann. Was? Nee, nee. Das warte, bevor ich halte dich. Da ist ein Haus und zwei drinnen. Warte ich mal schnell den Squad auf. Kommt dann rein. Kann aber gerade nicht wechseln. Ja, kommt dann rein. Wie gesagt. Jetzt kann ich wechseln. Sein ich werde Revive. Was ich eher weniger glaube. Vor der Richtung. Oh, Gott. Von hinten. Das dämmt sich ja. Von oben. Von oben. Mensch, wer seid ihr? Ich bin gerade ein bisschen. Ich weiß nicht, wie viele Regeln ist. Ich habe aber ihr Glück. Ja. Ah. Ja. Nee. Da, nee. Uh. Da kommt einer. Das ist vorne drin. Oh, da hinten. Ja, lol. Wie ich aber keinen von den drei getroffen habe. Gibt es wie einer? Okay. Okay. Ey. Mein Fuß da weg. Wir haben Echo verloren. Wir brauchen den Link wieder. Wie ist auf keinen interessiert. Das ist das geilste sowieso. Hm. Ich golf mich halt gar nicht so den Link. F. E. Wie. Oh, ich hasse es. Was denn? Ey, wenn, wenn man auf einen schießt. Und währenddessen spawnt bei dem jemanden. Ja, das ist mal mies. Ah. Ja, das ist abreden. Ich bin gleich nicht retten. Ich bin beschossen. Und drei links, also passt das. Alter. Bei Echo sind noch ein einiges. Und zwar. Ah, genau. Bingo. Ja, und jetzt ab auf E. Okay. Bei Echo sind noch ein Haufen Gegner. Erstmal zieh, 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 zieh. Und bei Delta sind auch noch ein Haufen Gegner. Ich bin beschossen von Echo aus. Geh auf C. Über die Brücke kamen. Ja. Und Charlie ist Richtung Wasser einer. Ja. Und die kommen jetzt bei der E. Von der Brücke aus. Hab ihn getroffen. Aber er ist ein Type hat drüber. Aber ich glaub ich bin gekillt. Pass auf, da ist dann da ein Bagger einer. Mhm. Ja. Ich nehm wieder. A und B ist noch mal eingenommen. Ja. Bei Echo. Also, P verteidigen. Ja. Genau. Wo sind unsere ganzen Leute? Ich glaub ich spiel die Spiele alleine. Ja, ich spiel's gerade alleine. Ich kenn zwischen Echo und Delta und Charlie rum. Verteidigen am Wind. Da wurde er wiederbelebt. Heiß. Ha! Na, Delta wiederholen. Klar ist er explodiert. Okay. Und ist hart. Puff. Charlie. Charlie, Charlie, Charlie. Na, weil Charlie geht grad Megapost ab. Ja. Oh Gott. Brauchst du Muni? Äh. Gucken, ob wir ne Polizei rüber bekämpfen können. Einen hab ich gekillt. Ja. Und er wiederbelebt. Alle wieder. Oh Gott. Das sind viele. Ja, da kam auf einmal alles um die Ecke. Ja. Bin ich bei Delta wieder gespawnt. Ja, Delta. Ich hab irgendwie noch keine Waffe gefunden, mit der ich wirklich gut klarkomme. Das ist das Problem. Hast du mal die, äh, die Anfangswaffe beim Versorgungssoldat probiert? Ja, die ist eigentlich ganz gut, aber das Problem ist irgendwie, keine Ahnung. Hab ich mir auch noch nicht anfangen können. Ich bin eigentlich ein Fan von leichten MGs. Im Dreier war ich ein riesen Fan davon. Weil die einfach überpowered waren teilweise. Aber hier hab ich das Gefühl, auch vor allem die Streuung, die ist einfach extrem geworden. Und, ähm, der Rückstoß. Ich komm mit dem Rückstoß überhaupt nicht mehr klar in dem Spiel hier. Also ich komm mit der, ähm, Anfangswaffe beim Versorgungssoldat richtig gut klar. Ja. Die ist richtig geil. Hm. Ich hätt ja, er ist immer vorher gespielt, aber er ist inzwischen ein bisschen kaputt genutzt worden. Sind zwei Leute vor dir? Ja. Ich hätt ja, na ja, ist er. Mach der da drauf dann. Ja, der ist drum herum geraten. Das ist, wenn man sich nicht für ein Ziel entscheiden kann. Ja. Wenn zwei Stück nebeneinander stehen. Ja. Eine Verbindung erstellt. Ja. Äh. Rechts. Oh Scheiße. Nein, 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 nein. Wo die alle? Oh der ist da was nach. Ach du es. Komm Kampfdrohne, really. Ja. Ich muss jetzt komplett auf B wieder zurückrennen, um mir Medi-Kit zu holen. Ach, der steht da ganz hinten bei E, F und B. Guck mal, wir sind in die Drohne rein. Das ist Medi-Kit hier weg. Komm, wir können von hinten G lang, genau. Die sind oben auf der Brücke. Da ist keiner. Oh Mann, da war ich in voller Gesundheit. Die sind ja auch kein Gegner von uns gewesen, warum sollen die alle ein Gegner hier sein? Oh, hier ist Spawn. Das war einer vor uns. Das war einer, ja. Ich hab zwei Heads an mir. Kann man hier außen rum rennen? Ja, hier kann man außen rum rennen. Ja, ich lenk ihn ab, wenn ich von der Seite komme. Der wird wahrscheinlich auch außen rum. Ah, schau, da ist einer im Haus drinnen noch. Zwei im Haus, zwei im Haus, zwei im Haus, zwei im Haus. Und dann wurde ich weggesniped across the map. Ja, klar. Okay. Ah, schade. Wollen wir auf der Brücke sein, ne? Ein Double Spawn. So, wir gehen leider verteidigen dann, halten wir die drei Verbindungen hier einfach. Auf der Brücke ist Sniper, über uns eine Drohne. Ja. Ja. Hab die, habste. Ja, ich habe gewonnen. Hey, krass. Doch noch. Ja, wir hatten halt die ganze Zeit Verbindungen. Ja, ja. Und die anderen hatten keine. Am Ende ging das ein bisschen schief bei uns, ja. Das ist halt das eine, was mich bei Battlefield wirklich stört. Es gibt eigentlich immer ein Team, das gut spielt, und ein Team mit den ganzen Snipern. Die zwar einen Haufen Kills dann haben, aber halt alle Punkte verlieren. Ja. Das stimmt schon, das stimmt schon. Ja, aber das ist genauso Eroberung teilweise, wo die einfach alle snipen dann auf dem Häuserdächern und einfach nicht keine Punkte einnehmen ist, das ist so. Das merkt halt bei Rush immer. Stämlich. Ihr kennt den Spielmodi, Jungs, Mädels? Anscheinend nicht. Oh, ich will sagen aber, danke fürs Zusehen. Das war's mit der ersten Folge. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Wollte auch Tschüss sagen? Tschüss.